Vor mehr als 30 Jahren öffnete in der niedersächsischen Kleinstadt Diepholz der Bioladen Lebensbaum erstmalig seine Pforte. Dahinter stand Ulrich Walter, ein Unternehmer, der mit dem Ziel antrat, seinen Kunden puren Biogenuss zu bieten. Nach kurzer Zeit wurde ihm klar, dass es Tee, Kaffee und Gewürze in Bio-Qualität gar nicht gab. Und so machte er sich auf die Suche danach. Weltweit. Heute ist aus dem kleinen Bioladen namens Lebensbaum ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern geworden. An seiner Spitze steht auch heute Ulrich Walter, der mittlerweile seine gesamte Unternehmensstrategie nach streng nachhaltigen Gesichtspunkten ausrichtet. Dazu zählt nicht nur die Auswahl geeigneter Hersteller. Feinste Bio-Qualität, faires Miteinander, Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg gehören für mich zusammen. Die Firma ist in den letzten Jahren stark gewachsen, die Abläufe sind komplexer geworden. Damit nachhaltiges Wirtschaften auch im Alltag gelebt werden kann, brauchen wir die Unterstützung aller Mitarbeiter. Unterstützt durch die Unternehmensberatung Steinbach-Strategien bringt das Unternehmen modernste Management-Methoden zum Einsatz, die am Ende jeden einzelnen Mitarbeiter in die Lage versetzen, seinen ganz persönlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Ob in der Produktion, der IT, dem Einkauf oder der Logistik, ausgezeichnete Ideen sind oft die Summe kleiner Erfolge. Das weiß kaum jemand besser als die Ulrich Walter GmbH.